ein herzliches shalom aus uganda heute möchte ich mit dir teilen eine botschaft die mich die mein leben grundlegend verändert hat und zwar über das größte geheimnis jesu christi im matthäus evangelium 11 25 bis 30 lesen wir zu der zeit fing jesus an und sprach ich preise dich vater herr des himmels und der ehre weil du dies den weisen und klugen verborgen hast und hast es den unmündigen offenbart ja vater denn so hat es dir wohlgefallen alles ist mir übergeben von meinem vater und niemand kennt den sohn als nur der vater und niemand kennt den vater als nur der sohn und wem es der sohn offenbaren will kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken nehmt auf euch mein joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von herzen demütig so werdet ihr ruhe finden für eure seelen denn mein joch ist sanft und meine last ist leicht jesus jubelt hier im geiste und er preist den vater für ein geheimnis er gibt es aber noch nicht ganz preis im lukasevangelium da lesen wir im kapitel 10 vers 21 bis 24 zu der stunde freute sich jesus im heiligen geist und sprach und ihr lieben wenn sich ein chassilischer jude im geist freut dann geht die poste auf der ist in die luft gesprungen der hat gejubelt ich preise dich vater herr des himmels und der erde weil du dies den weisen und klugen verborgen hast und hast es den unmündigen offenbart ja vater so hat es dir wohl gefallen alles ist mir übergeben von meinem vater und niemand weiß wer der sohn ist als nur der vater noch wer der vater ist als nur der sohn und wem es der sohn offenbaren will und er warnte sich zu seinen jüngern und sprach zu ihnen allein selig seid sind die aus augen die sehen was ihr seht denn ich sage euch viele propheten und könige wollten sehen was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören was ihr hört und haben es nicht gehört ihr lieben jesus hat gejubelt er ist im kreis gesprungen sein kreis seiner jünger es war sichtbar dass er ganz große freude hatte vielleicht hat er sogar geklatscht und getanzt er war ja ein leidenschaftlicher ein leidenschaftlicher mann gottes mit freude und hingabe und was veranlasst ihn zu dieser zu diesem jubel er sagt du hast es den weisen und klugen verborgen was ist das geheimnis das geheimnis ist dass es sich nur den einfachen und einfältigen den einfach gebliebenen und einfach gewordenen erschließt und ich glaube dazu ist ja der corona virus geschickt worden von gott oder erlaubt erlaubt worden zu kommen dass wir einfach werden dass wir einfältig werden dass wir werden wie kinder allen jenen die wissen dass sie mit all ihrer kunst und wissenschaft vernunft und verstand anstrengung und leistung geld und macht der welt auf dem gebiet des reiches gottes nichts vermögen können nichts jesus sagt in johannes 15 5 ich bin der weinstock ihr seid die reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel frucht denn ohne mich könnt ihr nichts tun und ich glaube das ist das geheimnis des reiches gottes wir sind so stolz geworden und haben geglaubt wir können alles tun in unserer eigenen macht und kraft und mit unserem geld aber der herr jesus sagt ohne mich könnt ihr nichts tun und das wurde uns jetzt aber schon sehr drastisch und unübersehbar gezeigt was ist dieses geheimnis im kolosser brief 1 27 lesen wir ihnen wollte gott kundtun welches der reichtum der herrlichkeit dieses geheimnisses unter den heilen ist christus in euch die hoffnung auf herrlichkeit also es geht nicht um religion es geht nicht um kirchenzugehörigkeit es geht um eine tiefe innige liebesbeziehung mit gott also es ist das evangelium der frohbotschaft die verkündigt dass jesus in uns mit uns durch uns leben will und wir in ihm also das gesetz die pflicht erfüllung die forderung nach leistung und gerechtigkeit versteht jeder verstand und da muss ich euch jetzt noch dazu sagen dass ich gerade in also schon letztes jahr im herbst in israel war und wir waren eingeladen und bei einem bei einem rabbiner und er hat uns erzählt von der geschichte des des judentums und er sagt bisher haben wir geglaubt dass die torah das geschriebene wort die letzte offenbarung ist aber wir stehen jetzt vor einer wand und wir wissen es kommt etwas neues und dann sprach gott zu mir und sagt lies die erste schriftstelle von deinem letzten buch ich habe es zufälligerweise in der tasche gehabt und habe es herausgenommen und es war zweiter korinther 3 6 und ich sag zu dem sehr ehrwürdigen älteren herrn ich sage ich glaube ich kann dir die bot die antwort geben die stammt auch von einem juden allerdings war ein messianischer jude ein einer der jesus verkündigt hat und zwar im 2 korinther 3 6 ist doch offenbar geworden dass ihr ein brief christi sei durch unseren dienst zubereitet geschrieben nicht mit tinte sondern mit dem geist des lebendigen gottes nicht auf steinerne tafeln sondern auf fleischern etafeln nämlich eure herzen solches vertrauen aber haben wir durch christus zu gott nicht dass wir tüchtig sind von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber sondern dass wir tüchtig sind ist von gott der uns auch tüchtig gemacht hat zu den zu dienen des neuen bundes nicht des buchstaben nicht die thora sondern des geistes denn der buchstabe tötet aber der geist macht lebendig dieser mann hat gesagt maria dieses noch einmal ich habe es noch einmal gelesen und er hat gesagt ich höre ruach und ruach heißt heiliger geist ihr lieben wir müssen durchbrechen in ein leben aus in ein simples leben des glaubens das leben aus dem glauben aufgrund eines großen vertrauens in gott das verstehen nur die die wissen dass sie nichts wissen nichts können und nichts haben in ihrer eigenen kraft dass im reich gottes zählt es ist eine große gnade wenn wir die last unserer selbstgerechtigkeit und selbstrechtfertigung selbstverwirklichung erkannt haben und losgelassen haben und immer wieder loslassen die aktivisten die schaffer die funktionäre haben es damit sehr schwer solange sie nicht gescheitert sind ist ihnen dieses geheimnis dass jesus zum jubeln gebracht hat verborgen und zwar das geheimnis ich preise dich vater herr des himmels und der erde weil du dies den weisen und klugen verborgen hast und hast es den unmündigen offenbart ja vater so hat es dir gefallen das klingt so als seien die treuen die anständigen die fleißigen die zu kurz kommen ja das sind sie es kommen nämlich nur die in den genuss dieser dieses geheimnisses die die last ihrer selbstgerechtigkeit fallen lassen und sich ganz als versager deklarieren in ihrer eigenen kraft aber gleichzeitig ihr leben bedingungslos gott schenken und wissen er will durch mich in mir und mit mir leben und da geht es um deine identität ihr lieben ich war ein braver mensch wie gott diesen prozess bei mir begonnen hat und ich habe total versagt und gott hat gesagt das musst du um deine identität in mir zu finden denn bisher hast du deine identität in deinen gut taten gefunden und das ist reine selbstgerechtigkeit er sagt kommt her zu mir alle die er mühselig und beladen sei ich denke dass wir alle oder viele ein falsches joch tragen ein joche die uns auferlegt worden nicht gott sondern von menschen oder von institutionen oder die du dich selbst auferlegt hast die arbeitssüchtigen die moralisten die zwangshaften perfektionisten die autoritätsgläubigen die abhängigen von menschen die süchtigen auch die liebessüchtigen die gesetzlichen die normen erfüller die mit einem religiösen geist da liegen überall minen die heißen nicht tun nicht tun nicht tun 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 ihr lieben warum legen wir uns solche joche auf oder lassen sie uns auflegen da ist verborgener stolz verzweiflung suche nach selbsterlösung ich werde es euch beweisen ich werde es besser machen ich brauche niemanden komme alleine durch das sind alles überlebensmuster die muss der herr ins kreuz bringen schutzmauern trennmauern sie sind zu trennmauern geworden solche menschen können nicht gratis empfangen sie wollen das unbezahlbare bezahlen die gnade keiner kann gnade bezahlen keiner kann gnade verdienen und ihr liebe ich sehe uns im kreis der mühseligen jetzt zurzeit gibt es so viele bemühselige und beladene alles falsche joche legt sie ab wirf die ganze last eines lebens auf den herrn jesus christus und sagt herr hier bin ich nimm mein leben ich stehe dir zur verfügung wenn du mit leben nach mit meinem leben noch was gutes machen kann mach es sei du mein herr sei du mein gott übernimm du die führung meines lebens und wisst ihr da gibt es noch den gesetzlichen geist den religiösen geist der springt uns manchmal auf den nacken und teint uns permanent unzufriedenheit mit nie ist er zufrieden immer noch mehr und so treibt er uns vorwärts bis zur erschöpfung und ich sehe viele menschen in der westlichen kultur die entweder einen burnout schon haben oder am rande daran sind zuerst kommt die geistliche erschöpfung dann die seelische erschöpfung und meistens merkt man es erst wenn die körperliche erschöpfung kommt sein falscher geist gott will nicht dass wir in einem angst verhältnis in einem leistungsverhältnis in einem dienst verhältnis mit ihm leben er möchte uns durchbrechen sehen in ein liebesverhältnis und jesus allein demonstrierte uns wie wir ganz mensch sein können und gott gott sein lassen in einem menschen jesus kam nicht um sich als gott zu verhalten das hätte uns nicht geholfen denn wir sind nicht gottes in menschen jesus lebte als mensch in vollkommener einheit mit dem vater gott hat den menschen in seinem ebenbild erschaffen als gott adams schaffte hat er ihnen seinen ebenbild erschaffen und er sagte sehr gut er sah sich selbst in einem spiegel in adam er wollte ein geschöpf haben das spontan die gegenwart des schöpfers in sich ausdrückt und das trifft für jesus zu erlaubte dem vater andauernd alles in ihm zu sein er sagte selbst ohne den vater kann ich nichts tun wir müssen gott erlauben uns in uns gott zu sein ohne jesus kann ich nichts tun jede anforderung die gott an einen menschen stellt ist von gottes standpunkt aus vollkommen logisch im matthäus evangelium 5 48 heißt es ihr nun sollt vollkommen sein wie euer himmlischer vater vollkommen ist wenn du und ich so heilig vollkommen sind wie der vater dann sind wir okay irgendwelche beschwerde ihr lieben der mensch wurde geschaffen um gott zu offenbaren nur vom standpunkt des menschen in seiner gefallenen position sind die anforderungen gottes vollkommen unlogisch und unverständlich darum werden wir sehr nervös wenn jemand über heiligkeit spricht als adam fiel verließ gott sein leben und er war geistlich und moralisch bankrott der mensch hatte nur körper und seele die funktionierten wie bei den tieren die echte substanz der menschlichkeit fehlte gott selbst warum braucht eine öllampe öl zu brennen die antwort ist ganz einfach sie wurde so geschaffen jemand entdeckte vor langer zeit dass im öl das potenzial steckt licht hervorzubringen es brauchte nur eine möglichkeit damit dieses licht freigesetzt werden kann und so hatte jemand die idee der öllampe nicht dass die öllampe leuchtet sie schenkt uns nur die möglichkeit das licht im öl freizusetzen da deshalb braucht eine öllampe öl ist das kompliziert warum braucht ein mensch gott er wurde so geschaffen vor langer zeit hat gott einen menschen erschaffen um ein mittel zu bekommen in dem gott gesehen und gehört werden kann nicht weil der mensch aus sich selbst heraus gerechtigkeit produzieren konnte er wurde so geschaffen damit das leben gottes im menschen diese gerechtigkeit hervor bringt und deshalb brauchen wir gott nicht nur als erlöser der uns vor 2000 jahren aus der dunkelheit ins licht versetzt hat sondern als den der vom tode auferstanden jetzt kommt um öl in unsere herzen zu geben licht den heiligen geist dass gott wieder hinein kommt in die menschen jesus kam um uns das zu geben was uns zu echten menschen macht leben wenn wir eine lampe ohne öl haben dann ist es immer noch eine lampe aber von der lichtqualität gemessen können wir genauso einen krautkopf auf den tisch stellen was ist ein auto ohne benzin es schaut immer noch so aus wie ein auto benimmt sich aber nicht als solches und ich kann nur es kann es nur schieben das ist sehr mühsam und viele menschen schieben ihr leben anstatt dass sie mit gott durch das leben tanzern was geschieht wenn man einen menschen von gott trennt das ist noch viel katastrophaler martin hat immer noch einen menschen aber er fällt er verhält sich nicht mehr als solcher wenn du öl in die ölampe gibst dann ist das vollkommen logisch dass sie brennt und dicht verbreitet verlangt von einem auto das ist ohne benzin fährt dann ist das vollkommen unlogisch gibt benzin in den tank und es ist logisch dass das auto fährt halleluja ihr lieben bringt gott in dein herz lade ihn ein dann ist es logisch die frohbotschaft ist nicht dass wir menschen aus der hölle in den himmel bringen sondern dass gott aus dem himmel in die menschen kommt und ich glaube das ist jetzt das zeitalter das anbricht jesus will uns als tempel bewahren und ich komme aus einem römisch katholischen hintergrund da können viele wahrscheinlich den vergleich verstehen wir sind monstranzen gottes das ist die monstranze aber die herrlichkeit gottes lebt in uns gott ist nicht auf diese welt gekommen um als einziges ziel unser schicksal zu verändern sondern das leben wieder herzustellen dass adam an dem tag verloren hat also der lüge geglaubt geglaubt hat dass der mensch ohne gott echter mensch im ebenbild gottes sein kann öffne jede situation zu allen zeiten dem herrn jesus genau wie er sich dem vater zu allen zeiten ausgesetzt hat und macht das gleiche was jesus getan hat danke danke wenn du das nicht tust dann kommst du ins schwitzen und wirst früher oder später ausbrennen du brauchst öl in deiner lampe das ist der heilige geist wir brauchen seinen jesus tod der uns löst hat und sein leben das uns täglich rettet und da möchte ich noch einmal sagen kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid so will ich euch ruhe geben gott möchte uns ruhe geben er möchte uns hinein versetzen in ja es ist bereits himmel auf ärgern ich habe manchmal schon zum lieben wird gesagt wenn der himmel noch schöner wird muss er sich sehr anstrengen im ersten johannes 5 12 lesen wir werden sohn hat er hat das leben wer den sohn gottes nicht hat der hat das leben nicht im römer brief auch 32 der auch seinen eigenen sohn nicht verschont hat sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken römer 15 denn wenn wir mit gott versöhnt worden sind durch den tod seines sohnes als wir noch feinde waren und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein leben nachdem wir nun versöhnt sind geliebte geschwister vertraue dein leben hundertprozentig dem herrn jesus an liefere dich ihm aus schenk dich ihm und er will wird sich dir schenken hundertprozentig laden ein öffnet dein herz öffnen lade alles ab bei ihm du wirst sehen er wird dich auf eine ebene bringen die die menschlich nicht erklärbar ist er wird dich verrückt machen und zwar wird er sich verrücken aus der dunkelheit ins licht shalom shalom